Herzlich Willkommen, liebe Freunde! Ja, ihr wisst ja, welches Spiel es ist. Part 11, diesmal. Heute ist der Tag der Rache. Heute wird richtig abgerechnet. Leider hat sich meine Konsole ausgeschaltet. Ich musste mich bis zu diesem Punkt wieder vorkämpfen. Ja gut, war nicht so viel. So, jetzt wollen wir dieses Schlachtschiff hier plätten. Also, was müssen wir tun? Wir haben die Sprengsätze aus der Waffenkammer geholt. Jetzt müssen wir die Sprengsätze an den Kesseln des Schiffs befestigen. Jo, machen wir. Los geht's. Ja, und weg. Ne, der lebt noch. Aber da weiß ich zu helfen. Da weiß ich zu helfen. Oh, jede Menge Munition. Das wäre nicht mal Vollmantelgeschoss. Oh, na komm her. Dich kriege ich. Ich kriege euch doch alle. Scheiße. Obwohl, ich hätte mich ein bisschen besser... Scheiße. Und... Ah, man, die sind eigentlich... Die sind voll doof. Die sind so wendig. So, erledigt. Komm. Ja, das soll's gewesen sein. Boah, komm, 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 komm. Ah, und weg. Ich hoffe, kein nächster... Oh, 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 oh. Aber gut. Umso höher ist die Chance, dass ich ein schönes Medipack einsacke. Noch ein letzter Sprengkörper. Ach, stimmt. Hier waren wir, ne? Ach, scheiße. Wir haben ja schon die zwei Sprengsätze angebracht. Naja, egal. Dann habt ihr jetzt das auch nochmal gesehen. Warum nicht? Warum nicht? So, weiter geht's. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Radarsysteme nahe der Brücke zerstören. Okay. Und die Patrouillen-Lockbücher bekommen. Jo, das sollte kein Problem sein. Scheiße, das war schlecht. Da werfen wir die bei der Granate rein. Das macht doch mehr Sinn. Das macht doch einfach mehr Sinn. Und... Kein Erfolg. Aber Detlef ist blöd. Noch nochmal sicher gehen. Der ist gestorben. Also war die Granate... Wow! War die Granate nicht umsonst. Ah, scheiße. Sie hat sogar noch ein bisschen Schaden genommen. Wo kam das her? Aha! Weggekloppt. Scheiße. Das hier ist echt gefährlich. Ich will zwar Rache nehmen, aber im Moment... könnte es noch... richtig gefährlich werden. Ich muss auf ein Rambo-Schlachtfeld warten. Jetzt erst mal ein bisschen mit Taktik. Ich wusste es doch. Ich wusste es einfach. Ah! Scheiße. Und tschüss. Kommt da noch welche? Wir haben Zeit. Gewissermaßen. Und tschüss. Der lebt noch. Und tot. Weilung. Kommt da noch was? Ganz ruhig. Oh, da hinten. Da hinten. Okay. Darüber. Oh, scheiße. Überall Schüsse. Da. Aha. Und tschüss. Dich plätt ich auch noch. Ihr seid alle... Was war... Aha. Er hat sich verraten. Scheiße. Und im letzten Part haben wir auch die... Ihr wisst schon. Die Einschusswaffe genommen. Ich weiß nicht, wie ich hab ihren Namen vergessen. Sprich die Waffe, mit der wir Einschuss abfeuern. Die Präzisionswaffe. Ihr wisst, was ich meine. Die können wir uns eigentlich ganz schnell holen. Die ist nämlich, glaube ich, noch brauchbar. Dann weiß ich auch endlich, welcher wieder welches war. Was für eine peinliche Sache. Ich weiß nicht, wie diese Waffe heißt. Moment, Moment. Wir latschen hier ganz schnell durch. Jo, am Schnee ist schon ordentlich aufgeräumt. Das Schlachtschiff wird wimmern vor Angst. Die hier meine ich. Karre 98k, sozusagen. Ich weiß nicht, wie man dieser Art... Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man dieser Art von Waffe nennt. Vielleicht weiß ich es ja doch und hab's nur vergessen. Ach, vielleicht bin ich gerade etwas aufgebaut. Ich kenne einige Waffentypen, aber ich kann nicht alle so genau benennen. Eigentlich eine traurige Sache. Zu viel Halo gezockt. So. Bam. Auf jeden Fall. Ist zufrieden, stellt die Waffe. Vorsicht. Und... Scheiße. Nachladen. Und Ende. Nur zur Sicherheit. Nachgeladen. Ist da noch jemand? Scheiße. Okay. Wollen wir doch mal gucken. Wir wollen das ja vorsichtig angehen. Wir sind immerhin im Krieg. Erwischt. 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 Komm, das her. Ah, scheiße. Noch einer. Und... Feuer. Das soll's gewesen sein. Nein, das war's nicht. Das soll's nicht gewesen sein. Jetzt aber Ende. Im Gelände. Voll der Scheiß-Spruch. Weiter ab. Oh, sch... Ah. Haha. Glück gehabt, aber gewonnen. Und das ist die Hauptsache. So. Jetzt muss ich ganz vorsichtig... Ah. Ah. Noch sind wir im Rennen, Babe. Noch sind wir im Rennen. Ganz vorsichtig. Uah. Ist da noch einer? Ganz vorsichtig. Ach, scheiße. Das ist nicht meine Wahl. Oh, oh. Wo ist denn der nächste Gang? Ach, meine Orientierungslosigkeit schlägt wieder zu. Aber ich scheine noch sicher zu sein. Ach, klar. Wir müssen ja eine Treppe hoch. Scheint ja... Ach, eine Treppe runter. Okay. Scheiße, ist das hier auch richtig? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, hier war ich. Ja, hier war ich. Ich bin so blöd. Ich hab gar nicht... Ich bin so blöd. Oh, jetzt muss ich aber vorsichtig sein. Also irgendwie, wie habe ich das denn jetzt schon wieder geschafft, durcheinander zu kommen? So. Jetzt wollen wir aber aufpassen hier. Oh. Okay, zur Sicherheit. So. Jag alles in die Luft. Nachladen. Uh, das hat gesessen. Ich wusste es, wir haben gerade ein Radarsystem zerstört. Das hat auffällig geknallt. Das war keine Granate. Scheiße. Scheiße. Aha. Ich wusste es doch. Oh, das ist so fies mit den Treppen. Wo sind die Nächsten? Oh, scheiße, ey. Das ist so... Der... Man hat hier so kaum Überblick. Okay, hoch. Scheiße. Oh. War das knapp. Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, hier nicht. Oh. Hier auf mein Befehl. Läuft doch im Moment super. Aber mir fehlt noch dieser Augenblick, wo ich so richtig Rache brüllen kann. Also der letzte Part, da... Da habe ich wirklich ein Recht zu, mich nochmal so richtig auszuscheißen. Das haben wir hier. Kupferdraht. Wurde jetzt erst kürzlich wieder meiner Bahn geklaut. Deshalb musste ich in der Bahn sitzen bleiben und irgendwann wieder zurückfahren, weil wir nicht Richtung Hannover... Ich wohne ja in Niedersachsen, weil wir nicht in Richtung Hannover fahren konnten, denn da wurde der Kupferdraht von irgendwelchen Gangs... Wurde mir gesagt, das sind mittlerweile richtige Banden, die das planen. Die klauen den Kupferdraht, weil er so viel wert ist. Und Kupferdraht braucht man nun mal, um die deutschen Bahnen voranzubringen. Gar nicht mal so dumm. Ich meine, was lässt sich leichter beklauen als ein Gleis? Ich meine, wie viel Gleis gibt es bitte? Eigentlich brillant. Vielleicht bin ich auch einfach nur blöd und kann die Sache gar nicht einschätzen. Oh, so, jetzt ich Let's Playa ja auch nur. So, und da... Sehe ich ja ganz genau. Noch eine Etage runter. Jetzt muss ich mir kurz am Kopf kratzen. Okay. Das hätte es sein können. Glück gehabt. Ich bin ein Glückspilz. Ein Look her. Kommt her. Mist, den hätte ich ein bisschen früher abschießen können. Man hat ja... Scheiße, komm her. Da ist doch noch einer, oder? Da muss doch noch einer sein. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh, du Arsch. Oh, Mann. Also Nahkampf ist nur nicht so meine Sache. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt wird es... Oh. 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 Einfach mal so richtig durchgeprügelt. Oh. Nein. Komm her. Komm her. Na los. Ich warte. Der lebt doch noch. Der lebt doch noch. Ich habe doch nur den... Ja. Rüber. Um die Ecke. Ich muss flüchten. Ich muss flüchten. Ich brauche Ulf und Medipack her. Ja. Das reicht. Oh. Habe ich... Gott. Feuer. Ja. Herrlich. Da ist doch noch einer. Ich habe doch nur die Hand getroffen. Das kann unmöglich ausgereicht haben. Na komm her. Wo bist du? Ja. Genieß es. Scheiße. Kommt her. Kommt her. Oh Gott. Ey. Sind das viele? Moment. Ich muss gerade überlegen. Können da oben welche sein? Ne. Ich glaube, die sind hier oben. Da ist eine Treppe. Hier hinten rum. Oh, ist auch eine Treppe. Scheiße. Und... Kabumm. Okay. Soll ich hier runter? Ich werde hier einfach mal langmarschieren. Scheiße. Weiter. Weiter. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Der flitzende Engländer. Feuer. Ist das überhaupt ein Mensch? Ja. Das ist einer. Der hat mir... Wow. Und der hat mir ganz schön zugesetzt. Oh Mann, ey. Oh. Das hat gesessen. Scheiße. Ich, ich... Oh Gott. Ne. Ich muss irgendwie flüchten. Rüber mit dir. Nein. 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 Ihr Ersche. Oh. Nein. Oh. Bitte. Wo wird geladen? Kehren Sie zu Sergeant Waters am Versorgungsboot zurück. Ja. Ja, mach nicht. Da unten. Ihr wart das doch gerade. Dass ich das Ding nicht früher entdeckt habe, war eigentlich klar. Denn, äh... Wer soll denn sowas erwarten? Außerdem kenne ich den Aufbau eines Schlachtschiffes nicht. Ich bin unschuldig. Bam. So. Kann ich von hier aus noch ein paar treffen? Ja, scheinbar darf ich hier nicht rüber hüpfen. Da lässt der Realismus schon nach. Ja, aber hier ist kaum jemand. Gut, dann gehen wir jetzt runter und dann können wir ruhig nochmal diesen Kampf bestreiten. Na, müssen wir ja. Gegen die Typen, die mich eben gerade noch richtig verprügelt haben. Scheiße, aber hier kommt gleich einer. Das weiß ich doch noch. Das ist doch richtig durchgenommen. Wo bist du? Scheiße. Hier runter. Und hier kam gleich einer. Komm her. Okay. Oh, nein. Ja, das wieder bei einer Orientierung sind. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich müsste eigentlich noch eine Etage tiefer. Oh, ich glückspilz. Okay. Mann, ey, das ist hier aber gerade ein schweigender Bereich. Ein paar schweigende Minuten. Nachladen. Feuer. Und Ende. Und rüber mit dir. Okay. Weiter. Komm her, du. Komm her. Du Schnitzel. Okay. Medipack aufgenommen. Boah, geht der ab? Geht der ab? No. Das gibt es doch nicht. Was war das denn jetzt für ein Rambo? Alter. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Last Chance. Hm, ne drei. Drei Versuche sind doch was. Das kann doch wohl nicht angehen hier. Mann, jetzt kriege ich dich. Also euch alle. Mann, das sind so viele, ey. Man weiß nicht mal, auf wen man sauer sein soll. Jetzt reicht's mir. Runter, 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 runter. Hier runter. Weiter. Oh, ich darf aber nicht zu unkonzentriert sein. Scheiße. Hier war er, oder? Hier war er. Ich wusste es doch. Okay. Ah, du Arsch, du. Du blöder Penner. Ja. Feuer. Na los. Du blöder Arsch. Weiter, weiter. Hier um die Ecke. Du musst dir ein Medipack besorgen, Mann. Und dann hauen wir hier ab. Dann hauen wir hier ab. Oh, das ist so nervig schwer. Selbst wenn man aufpasst, ist man gefickt. Fuck. Super. Nicht mal ein Medipack. Nicht mal ein Medipack. Wir sind gefickt. Wir sind tot. Das war's. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, diese Typen nach oben Platz zu machen. Ach Gott. Meine Güte, wo soll das hinführen? Ach. Wenn ich jetzt noch ein paar Medipacks eingesammelt. Hier müssen doch noch ein paar rumliegen. Oh. Hier liegen doch ein paar mehr rum. Stimmt schon. Muss alles nur richtig abgrasen. Noch ein Medipack. Und damit haben wir fast wieder volles Leben. Ach, man darf alles nicht so schwarz sehen. Wo ist er denn? Wo war denn das Ding nochmal? Hat er... Ja. Nachladen. Ach, das war schlecht. Das sollte ich eigentlich ausgelöscht haben. Ja. Jetzt holen wir uns den da hinten. Ich weiß, es ist ein bisschen dreist, aber man kann ja mal gucken, was passiert. Oh, scheiße. Gut, dann gehen wir jetzt in den Nebenraum und machen den anderen platt. Und dann klauen wir Kupferdraht. Okay. Und Feuer. Ja, ist klar. Und... Ach, der ist besiegt. So, Leute. Das soll es gewesen sein. Ich glaube, jetzt kann ich es schaffen. Jetzt kann ich es schaffen, aber das eben war ja wohl wirklich ein Supersoldat. Bei dem hat ja jeder... Bei dem hat ja jeder Schuss gesessen. Wie sonst was? Das war ja so heftig. Das macht ja schon gar keinen Spaß mehr, wenn die so abgeht. Vor allem, Leute. Ich spiele auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Es gibt noch zwei weitere. Ich spiele auf Rekrut. Ich glaube, es gibt noch... Ach, das muss die Lösung sein. Ich wette, ich habe aus Versehen den Schwierigkeitsgrad umgestellt. Nein. Das ist natürlich nur ein Witz. Ich glaube nicht, dass ich ihn umgestellt habe. Ich will mich ja jetzt nicht in den Himmel loben. So einer bin ich nicht. Vielleicht sollten wir mal diesen anderen Weg gehen. Scheiße. Und bam. Scheiße, wo kommen die immer alle her? Okay. Da war einer. Hier, um die Ecke. Da war das Miststück. Komm her, du. Mann, ey. Was ist das für ein Erzfeind? Komm her. Ja. Und nochmal. Scheiße. Das war's, oder? Was ist das für einer? So. Jetzt ist es aber vorbei. Ich glaube, ich habe es. Und Ende. Das war's. Liebe Freunde, und ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Kapitel. Alter, war das ein Kampf, ey. Oh. Wir haben das Schlachtschiff platt gemacht. Wir haben die Radarsysteme zerstört. Lockbücher eingesammelt. Und hier ist immer noch ein Feind. Oh, das sind so richtig hart. So, erledigt. Wir haben die Lockbücher eingesammelt. Somit haben wir wertvolle Informationen über den Feind. Eingesackt. Scheiße. Das soll mein letzter Gegner sein. Radarsysteme zerstört. Alles in die Luft gejagt. Ich glaube, das ist ganz gut. Was haben wir eigentlich in die Luft gejagt? An den Kesseln des Schiffs haben wir springen. Sätze angebracht. Komm her, du Arsch. Komm her. Das war's. Und liebe Freunde, ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis zu Part 12. Tschüss.